Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ja, vor kurzem habe ich ein Video gedreht, wo ich mich schminke und dabei quatsche. Und ja, da ich jetzt aber nicht wirklich gezeigt habe, was ich da tue, dachte ich mir, dass ich heute nochmal ein separates Video drehe, wo ich mal mein Alltags-Make-up zeige. Ist aber ein neues Alltags-Make-up, da ich jetzt neue Produkte auch habe und heute auch ein Produkt testen werde. Und zwar habe ich ja euch schon erzählt von meiner Lieblings-Foundation, die Dream Cushion Foundation. Und ich wollte sie mir letztens wieder kaufen und habe gesehen, dass es die nicht mehr gab und habe auch herausgefunden, dass es die überhaupt nicht mehr gibt. Ich war auch sehr, sehr traurig, muss ich sagen, weil diese Foundation war wirklich die einzige Foundation, wo ich wirklich sagen konnte, ich stehe voll dahinter und das ist die beste Foundation ever. Und habe die auch wirklich jedem empfohlen, egal ob euch, ob Freunde, Familie, egal wem. Und wirklich, ich liebe diese Foundation einfach und deswegen bin ich umso trauriger, dass es die nicht mehr gibt. Und ja, letztens habe ich Fernseher geguckt und habe in der Werbung gesehen, das jetzt Nivea so etwas Ähnliches rausgebracht hat. Und zwar Hyaluron Cellular Filler. Auf der Verpackung steht noch getöntes Fluid-Kissen. Hyaluron Filler, 24 Stunden Feuchtigkeit. Natürliche Tönung. Ja, ich habe jetzt Mittel. Es gibt einmal hell, mittel und dunkel. Und ja, es ist eigentlich so ähnlich wie die Dream Cushion Foundation. Es ist ja so ein Schwämmchen bei der Spiegel und dieses Kissen hier. Ja, ich bin ziemlich gespannt, weil ich habe mich sehr gefreut, weil ich wirklich nach so einer ähnlichen Foundation besucht habe, bei anderen Firmen. Ja, aber irgendwie habe ich nichts gefunden. Und ich finde einfach, bei mir ist Make-Up sehr, sehr schwer, weil zum Beispiel, ich habe hier, hier zum Beispiel habe ich auch von MAC so eine normale Foundation, also mit so einem Pump-Ding. Pump-Ding, alles klar. Aber ich muss sagen, sie war auch sehr gut, die Foundation, aber wie gesagt, Dream Cushion war einfach mein Favorite. Und deswegen werde ich die Foundation Cellar, so eine Tönung, austesten und hoffe einfach, dass sie genauso schön ist wie die Dream Cushion. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Und ja, ich zeige euch jetzt mein neues Alltags-Make-Up. So, eingecremt habe ich mich jetzt. Und wir fangen auch direkt mit dem Hyaluron-Cellular-Filler an von IVEA. Und jetzt bin ich so gespannt, Leute. Oh mein Gott, bitte enttäuscht mich nicht! Ey, wenn das jetzt klappt, dann bin ich der glücklichste Mensch. Oh mein Gott. So. Okay. Oh Gott. Ich kann es jetzt noch nicht genau sagen. Es ist jetzt mittel. Es ist tatsächlich etwas zu dunkel, obwohl wenn ich es ein bisschen, wie gesagt, verblende und verteile, dann geht es, finde ich eigentlich. So schlimm ist das gar nicht. Wenn man das verblendet, geht es echt. Ich trage das Make-Up jetzt mal komplett auf und, oder die Tönung. Und dann sehen wir uns gleich. So, ich habe es jetzt aufgetragen. Ich versuche mal, ich versuche mal, mich ein bisschen heller zu stellen. Wie funktioniert denn das denn nochmal? Jetzt, jetzt ist es halt auch, okay, jetzt ist es trotzdem mal besser. Ähm, ja, also ich muss sagen, es gefällt mir sehr, sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich finde, die Dream Cushion Foundation war schon etwas besser, auch von den Farben, weil es halt mehr Auswahl gab. Ähm, und ich habe jetzt halt mittel und mittel schon echt dunkel. Also, wenn ihr relativ hell seid, dann würde ich, okay, jetzt bin ich ein bisschen zu hell. Ähm, hm. Also, wie gesagt, wenn ihr, ähm, ja, vom Hauttyp sehr hell seid, dann würde ich euch tatsächlich die hellere Variante empfehlen, weil die mittlere schon echt ein bisschen dunkel ist. Ähm, ja, aber wenn ihr jetzt so mittelmäßig seid und, äh, ja, jetzt nicht, vom Hauttyp so krass hell seid, dann könnt ihr auf jeden Fall auch mittel nehmen, wenn ihr das, also ihr müsst das halt wirklich gut verblenden. Ähm, ja, weil am Anfang dachte ich mir jetzt gerade auch so, oh, und ich denke, ja, ey. Aber ich finde, das ist, das Ergebnis gefällt mir richtig gut. Ähm, ich finde, doch, es sieht richtig schön aus. Es gefällt mir. Also wirklich, man sieht gar nicht, dass ich wirklich Make-up drauf habe, wie jetzt, wenn du so ein, man sieht das ja immer, diese Make-up-Schicht und dass das so, also bei mir ist es jedenfalls so, dass das immer so ein bisschen abkrümmelt oder so. Also es sieht immer so komisch aus. Ähm, aber hier ist das überhaupt nicht der Fall. Und ich finde einfach, dass das, ja, dass ich dadurch jetzt bräuner wirke. Ähm, ich finde, das sieht so richtig, ja, schön aus. Das ist so natürlich auch und gepflegt. Und ich finde, also es gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Ich bin positiv überrascht. Gerade war ich noch sehr, sehr skeptisch, weil da dachte ich mir, oh, die Farbe. Oh nein. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich das jetzt verblendet habe, gefällt mir richtig gut. Ja. Also ich bin zufrieden und kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Vor allem auch an die, die jetzt auch die Dreamcast immer benutzt haben. Vielleicht vorher schon oder auch durch mich halt, weil ich euch das empfohlen habe. Und ihr euch jetzt wundert, warum gibt es die nicht mehr und selber immer sehr zufrieden damit wart. Ähm, ich kann euch diese hier echt ans Herz legen. Und guckt wirklich wegen der Farbe. Ähm, wenn ihr so einen Hauttyp wie ich habt, so normal, könnt ihr auch ruhig Mittel nehmen. Aber ihr müsst es halt wirklich gut verblenden. Und, ähm, dürft euch am Anfang nicht so erschrecken wegen der Farbe. Ist halt schon sehr, sehr dunkel. Aber wie gesagt, verblenden und dann geht's wirklich. Ich finde, das ist jetzt nicht, man sieht hier nichts. Also ich hab das auch hier am Hals verblendet. Das solltet ihr auch tun. Und dann sieht es auch richtig schön aus. Als ob man halt so, ja, schön braun ist. Und, ja, es sieht einfach gesund aus. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020